Hallo meine Lieben, ich bin's. Heute möchte ich euch einen tollen Look zeigen, den ich mit unseren Splurge Eye Cream Shadows kreiere. Und zwar sind die, hier die habe ich euch auch schon vorgestellt, ganz tolle Creme Lidschatten, die sich nicht in der Lidfalter absetzen. Also das ist wirklich absolutes Luxusprodukt. Ich liebe die, die haben so einen ganz tollen Glitzer-Schimmer-Effekt und die sind sehr sehr deckend. Und natürlich mit Mineralien angereichert, also ganz super toll für die Haut. Und wie gesagt, die setzen sich wirklich nicht in der Lidfalter ab. Das ist unglaublich, aber ich zeige euch das jetzt mal. Was ich benutze dafür ist den Liner Shader Brush von Unique und den Deluxe Brush hinterher zum Verblenden. Was ich aber vorab immer noch mache, zeige ich euch hier in meiner kleinen Unique Box. Da habe ich nämlich meinen ganzen Eyeliner und Lip Liner drin. Und zwar nehme ich den Pristine, den hier. Und damit highlighte ich die Innenseite von meinen Augen. So ein bisschen, damit die so ein bisschen rauskommen. Das mache ich immer vorab. Das gibt so einen tollen, frischen, wachen Look. Ganz schnell. Und das macht die Augen auch größer. Vor allem, wenn ihr das auch hier so unten drunter auftragt. Unter den kleinen Wimpern-Härchen hier. Es ist so heiß hier in Sydney heute. Wir haben es richtig schwül. Wir gehen ja in den Sommer. Und deswegen bin ich jetzt überall so am glänzen. So, ja. Das mache ich halt immer. Und jetzt zeige ich euch mal. Ich fange an hier mit Elegant. Das ist hier so ein toller, bräunlicher Ton. Und da brauchen wir auch wirklich nur ein ganz kleines bisschen von. So, und mache den hier vorne hin zum Highlighten. Also, die gehen ganz sanft. Lassen die sich auftragen. Und wie gesagt, die sind auch toll zum Ausgehen. Weil die richtig schön schimmern. Die splurge schimmern alle. Also, da gibt es keine matten Farben. Aber die sind wirklich sehr, sehr schön. Und dann machen wir erst mal ein Auge. Und das hier ist Nobu. So ein dunkler Lila-Ton. Und damit gehe ich dann hier in die Lidfolge rein. Na, seht ihr das? Einfach so. Und hier unten. Dann nehme ich den hier. Und blende das so hin. Und das war's schon. Das sieht in der Kamera gar nicht so toll aus, wenn ihr das in Natur sehen könntet. Das ist so, das sieht so toll aus. Das kommt in der Kamera hier gar nicht rüber. Zumindest, was ich jetzt so sehen kann. Das ist unglaublich. Ich finde das so toll, Mädels. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Und wie gesagt, ihr habt gesehen, das geht so, so schnell. Jetzt mache ich gerade schnell noch das andere, ähm, das andere Auge. So toll. Gibt's auch in tollen anderen Farben. Wir kriegen jeden Monat eine neue Farbe raus. Jetzt im November haben wir einen tollen dunklen Ton, Skeptical. Der ist absolut Wahnsinn. Da könnt ihr mal auf meiner Business-Page schauen. Der ist so toll. Da könnt ihr ganz tolle Smoky Eye mitmachen. Ganz, ganz tolle Farbe. Für jeden. Also das ist wirklich eine Farbe, die, äh, passt echt zu jedermann. Und das Schöne ist, die kann man natürlich auch alle mischen, ne? Also die kann man wirklich alle zusammen benutzen. Man kann da wirklich ganz tolle, äh, kreative Looks mit zaubern. Besonders für die, die Eyeshadow lieben. Mädels, müsst ihr ausprobieren. Müsst ihr absolut ausprobieren. Die sind schwitzsicher. Die halten den ganzen Tag. Das kann ich euch sagen. Da geht nichts runter. Das bleibt, wo es ist. Wie gesagt, das setzt sich nicht in der Lidfalte ab. Und, ähm, da habt ihr den ganzen Tag was von. So schön. Und ein bisschen verblenden. Was sagt ihr? Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. Aber ich find's toll. Probiert es raus. Die ist blöd. Die kommen auch im Dreier-Set. Da sind die natürlich günstiger. Sucht euch mal aus, welche Farben euch gefallen. Und, ähm, schaut auch gerne mal auf meiner Business-Seite. Da hab ich auch ganz viele andere Farben noch vorgestellt. Macht's gut! Macht's gut! Macht's gut! Macht's gut! Macht's gut! Macht's gut! Macht's gut!